ja herzlich willkommen zu meinem neuesten unboxing video da geht es um eine interne festplatte man kann ja nicht genug festplatten speicher haben im rechner und deshalb habe ich mir jetzt eine 4 terabyte festplatte geholt diesmal von western digital es ist eine 4 terabyte festplatte mit 64 mb cage und vor allem mit 5400 umdrehungen in der minute ich erwarte eine relativ leise festplatte und ja da steht noch mal 5400 umdrehungen in der minute ich erwarte eine leise festplatte und vor allem soll er daten speichern es gibt auch performance festplatten von von western digital aber die kosten dementsprechend mehr betreiben kann man das ganze auf mac also auf dem mac kann man das auch quasi einbauen wenn ihr die möglichkeit habt die sind ja ein bisschen ja nicht so schnell aufrüstbar wie windows rechner ich mache mal die verpackung auf und schaue mal was in dem karton so alles drin ist und was mitgeliefert wird eines kann ich von der vorab sagen sata kabel fehlanzeige für ein paar euro könnt ihr die wenn ihr die nichts wenn ihr zu hause nicht noch welche übrig habt könnt ihr dann für paar euro die natürlich auch kaufen also kostet doch nicht die welt so jetzt machen wir mal die verpackung auf und schauen was so alles mitgeliefert wird zu der internen festplatte es ist also eine 3,5 zoll festplatte so da haben wir die festplatte schön eingepackt was haben wir noch installations guide die schaue ich mir eigentlich nicht anders steht noch drauf wie man die festplatte quasi am rechner installiert beziehungsweise wie man die verbindet und natürlich ganz ganz wichtig die schrauben wo man die festplatte natürlich an dem tower am tower befestigen kann bei dem in den einschub fächern die werden mitgeliefert wie gesagt sata kabel fehlanzeige so jetzt machen wir mal die festplatte auf die ist schön verpackt auch relativ schwer aber es ist normal für eine 3,5 zoll festplatte da ist hier also der western digital blue festplatte mit 4 terabyte festplatten speicher und macht einen recht ordentlichen eindruck aber so ungefähr sehen alle festplatten aus die performance ist erstmal das wichtigste ich werde jetzt gleich einen benchmark test der festplatte unterziehen mal schauen wie viel an leistungen dieser festplatte dahinter steckt und die ergebnisse kommen jetzt so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.